Liebe Aussteller der IMM Cologne, herzlich willkommen wieder aus Köln. Matthias, what a year. Das kann man wohl so sagen, lieber Aussteller. Wenn wir uns die Chronologie des Jahres 2020 einmal anschauen und das Jahr Revue passieren lassen, sind wir teilweise ganz erschlagen von den Ereignissen, die sich in diesem Jahr viel doch unerwartet entwickelt haben. Wir blicken zurück auf eine noch ganz sorglose pandemiefreie IMM Cologne 2020, die wir mit Besuchern und Ausstellern aus aller Welt durchführen durften. Von den Ereignissen vom ersten Lockdown im Frühjahr über Lockerungen im Sommer, viele neue Hygiene- und Sicherheitskonzepte, den Glauben und die Hoffnung, dass ein Wiedersehen in der analogen Welt nicht auf unendlich verschoben werden kann, dem Launchen neuer Konzepte, wie jüngst der Sonderedition im Hybridformat. Dies sind alles Meilensteine, die uns 2020 nicht nur begleitet, sondern tatsächlich auch auf Trab gehalten haben und manchmal auch ganz schön unseren Atem zum Stocken gebracht haben. Nach einem langen Sprint in enger Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Aussteller, sind wir nun zu der schmerzlichen, aber wie wir denken, richtigen und auch wichtigen Entscheidung gekommen, dass wir die IMM Cologne 2021 als physisches Format absagen werden. Denn das Vor-Ort-Erlebnis einer Messe ist und bleibt etwas Besonderes und die Entwicklung der letzten Wochen und insbesondere auch Ihre Rückmeldungen haben uns gezeigt, dass die Absage auch dieser Sonderedition mit der digitalen Plattform IMM at Home die richtige, der Situation angemessene Entscheidung ist. Wir möchten uns an dieser Stelle aber ganz, ganz herzlich für Ihre Unterstützung, Ihre Offenheit und Ihre Loyalität bedanken. Auch wenn es schwer ist, der Pandemie und der Absage einer IMM Cologne 2021 irgendetwas Gutes abzuleiten, so sind wir doch beeindruckt und auch teilweise berührt von Ihrem Zuspruch und dem klaren Bekenntnis zur IMM Cologne. Ein ganz großes Dankeschön hierfür. Sie macht Mut und gibt Kraft für einen Aufbruch zum nächsten persönlichen Wiedersehen, wenn die IMM Cologne 2022 wie gehabt ihre Tore öffnet und wir gemeinsam das Interior Design Jahr begrüßen. Unter dem Motto Let's Shape the Future werden wir natürlich nicht sang- und klanglos nächstes Jahr abtauchen. Freuen Sie sich mit uns auf ein unkonventionelles Wiedersehen, auch wenn es digital sein wird, im Januar 2021, wo wir kompakt die Themen besprechen, die uns 2021 in der Interior Design Branche bewegen, beschäftigen und begleiten werden. Und natürlich werden wir schon heute beginnen, am Restart 2022 konzeptionell zu arbeiten und freuen uns, wie in den jüngsten Tagen bereits stark gelebt, Schulter an Schulter mit der Industrie zusammenzuarbeiten. Lassen Sie uns gemeinsam neue Lebenswelten gestalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und alles Gute aus Köln. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.